Es war einfach viel praktischer, ein Schulfest für gleich drei Schulen zu machen, als für einen. Es sind drei verschiedene Schulen und da kommt man immer aus so einem Schulhaus und kann sich untereinander vernetzen und neue Leute kennenlernen. Wir haben heute hier drei super Bands aus Linz, also drei Junge. Als erstes ist die Flashback Experience, dann die Leitlicks und Beth Edis. I don't wanna lose, I can dance with my dancing shoes. Posing as someone I don't wanna be. It's okay, oh no, it's not okay to me. I said I love you, but it's not to waste. Es war geil zu spielen, geile Stimmung. I don't know how to feel. I can't believe it. No, I can't believe it. No, I can't believe it. No, I can't. I can't believe it. No, I can't believe it. No, I can't believe it. No, I can't believe it. Ich kandidiere für das Aks unterstützte Team zur LSV-Wahl, weil man denkt, dass wir viel verändern müssen in unserem Bildungssystem. Ich kandidiere für die LSV, weil Solidarität ist die Zeitlichkeit der Völker. Man muss einfach nur wirklich was unternehmen und dann kann man so viele Sachen einfach machen.